So, hereinspaziert in unsere Welt von Pius Garbo, die wir hier bei Schuhplus haben. Absoluter Traum. Kai, der grinst wieder auch. Meine Güte, du hast mal ein bisschen die Augen dicke, muss man sagen. Ist für ihn noch alles sehr anstrengend. So viele Schuhe, Modelle, der kriegt. Er hat schlaflose Nächte, hat der Mann. Wenn er diese wunderschönen Modelle, die wir von Pius Garbo haben, immer sieht und dann auch noch vorstellen darf und so weiter. Leute, in unserer Themenwoche, wir wollen ja wirklich zeigen, was wir wirklich richtig tolles von dieser unfassbar hohen Qualitätsmarke Pius Garbo bei uns haben. Und der Opa, das ist er, der hat natürlich ein paar schöne Schuhe von denen da ausgesucht und die möchte er allen jetzt zeigen. Bitte schieben wir uns ein paar davon. So sieht es aus. Und zwar habe ich wieder hier ein richtig schickes Modell sozusagen. Schau mal bitte, das ist doch wirklich ein traumhaft schöner Outdoor-Schuh. Also damit bist du wirklich gut unterwegs in der Stadt und hast wirklich ein fantastisches Fußbett drin, einen Schockabsorber drin. Es ist eine richtig klasse Schuhe. Ich bin ja auch so ein Typ, also für mich Funktionalität ist unfassbar wichtig, klar. Man läuft ja auch den ganzen Tag mit den Schuhen. Den wollte ich gerade sagen, aber das Zweite, das ist unfassbar die Optik. Ich liebe ja so im Bereich helle Sneaker, alles was gräulich ist, mit so einem dezenten Blau hier dazu, sieht toll aus. Genau, weil du natürlich auch groß bist. Du hast es natürlich auch gerne so, dass die Schuhe wirklich eine flache Sohle haben. Von daher ist das echt ein richtig schickes Modell. Auch dieses hier wieder mit Wechselfußbett drin, toll verarbeitet, tolle Qualität. Wenn man da reinschaut, das ist hier drin, dieses Leder, das ist schon so weich. Das ist ein absoluter Traum. So, wir tragen die Modelle natürlich auch und das ist keine dumme Schnackerei, sondern das ist wirklich pure Wahrheit. Wenn man sagt, das ist wirklich ein ganz anderes Gehen, was man sonst so gewohnt ist. Also es ist wirklich eine enorm hohe Qualität. Macht wirklich Spaß. Kai, einen holen wir doch noch irgendwie, oder? Einen holen wir doch noch. Komm, sag doch mal, was du noch hast hier. Schau mal hier, auch der... Das macht natürlich richtig Spaß, damit unterwegs zu sein. Ein sehr schönes Modell. Auch das ist aber auch wirklich ganz schön. Das Leder, das ist wirklich schön. Nee, nicht kuscheln. Aber es ist wirklich sehr schön. Sieht sehr, sehr schick aus. Also gefällt mir auch. Also ein absoluter Traum, wer also wirklich auf Qualität, 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 Qualität setzen möchte. Der kennt natürlich logischerweise bei den Mädels die Schuhe von Gabor. Bei den Herren Pios Gabor, das ist schon dieselbe Liga. Muss man wirklich sagen. Traumhaft tolle Schuhe. Und sie sehen auch noch toll aus. Hohe Funktionalität. Hohes Bewusstsein auch für Qualität, für Nachhaltigkeit. Da macht man also nichts falsch mit. In dem Sinne kann man nur sagen, ausprobieren, einkaufen. Man hat absolut einen Mehrwert daran. In dem Sinne sagen wir bis dann.